Vom 20. bis zum 25. September kann man bei Aldi vergünstigte Bahntickets kaufen. Die Aldi DB Tickets kosten 49,90 Euro und können vom 27. September bis zum 11. Dezember 2021 genutzt werden. Freitage ausgenommen. Sie gelten für zwei einfache Fahrten innerhalb Deutschlands in der zweiten Klasse der Fernverkehrszüge. Erhältlich sind sie an den Kassen der Aldi Filialen in ganz Deutschland. Mit jedem Ticket erhält man einen Aktivierungsbeleg mit zwei Buchungscodes. Diese können vor Fahrtantritt auf bahn.de slash Aldi gegen Fahrkarten mit Zugbindung eingetauscht werden. Pro Kunde werden maximal 10 Tickets ausgegeben. Sie sind nicht mit Bahncard-Rabatt oder weiteren Ermäßigungen kombinierbar. Es ist die erste Kooperation des Discounters mit der Deutschen Bahn.